Hallo und herzlich willkommen und weiter geht's mit Minecraft Part 2. Minecraft. Wir brauchen 8 Steine. Ich brauche nicht 8 Steine. Wo war denn mal die Höhle? Ich habe die komplette Höhle vergessen. Nein. Ah hier. Hier 8 Steine brauche ich noch. Bescheid mehr 2 Steine. Extra für... Also nicht für den Ofen. Es ist noch morgens. Wenn wir es abends ist, dann haben wir echt ein großes Problem. So jetzt gehen wir mal kurz auf. Oh fuck, das wird ja wirklich abends. Ok, dann stellen wir uns schon mal bereit. Schlaf raus. Ok, dann würde ich mich immer kurz irgendwo hinunter stellen. Oder drauf stellen. Ich könnte mal hier so sein. Ich könnte mich jetzt kurz... Hier hast du dein Ding ziehen. Ich dachte, ich kriegst da Minecraft mehr. Ich stelle mich hier kurz unter. Schalte dich mal hier durch die Tür. Du riechst die ganze Zeit durch. Ich mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ich geh gerne noch mal raus. Ich geh einfach raus. Ich geh einfach raus. Das ist mein Ding. Ich geh einfach raus. Das ist hier die Tür. Dann schreibst du uns jetzt nicht in einem Youtube Video, wer oder was die Tür zu macht. und wenn es so gut wie gut 200 ich bin klar ich bin der blaue hat keine augen so meine augen also meine augen das genau groß ist was ich ich so wir warten bis es morgens ist während hin möchte ich mir echt bevorzugen wir müssen so lange warten bis es morgens ist ich 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 Handy. Okay. Ich riskiere ihn, glaube ich, im kurzen Ding. Tschüss. Okay. 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 So. Ich möchte jetzt gerne mal einen kurzen Blick auf die Karte hören. Okay. Okay. Ja. Patzene ist sehr langweilig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber glaubt mal, es kann noch ein bisschen spannender werden. Wenn ihr meine Köpfen mitguckt, könnt ihr euch ruhig das angucken. Ich hab nichts verlegen, würde ich auch gerne mal kurz die Karte tun. Ich hatte sogar noch Flasserschwein hier bei mir. Ich platze hier die Karte wieder da. Alter, das ist nicht dein Ernst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hatte doch noch einen achten. Ach ja, stimmt. Okay. 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 So nervig, Alter. So. Das kann nicht mal ein Murks werden. So. Wir brauchen verdammt lange, bis es morgens ist. Und deswegen würde ich schon mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Wir brauchen uns wenigstens mal viel mehr wie der Spaß. Musst ich. Ich hab ne Idee. Wir können. Na ja, ich weiß, dass es zwar ne dumme Idee ist, aber na ja, nichts geht. Nein. Mann. Ey. So. So. Rennn, renn, 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 renn. Run mitnehmen, run mitnehmen. Weiter lauf, 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 lauf. Schöne Qualen. Lauf. Es ist Schnee. Es ist ein Speed 1. Ich muss mich kurz zurückziehen. Lauf, 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 lauf. Ah, schon besetzt. Er ist besetzt. Mann. Ich bin hier gleich down. Das war nicht die beste Art mich hier kurz zu verstecken um zu essen. Dann machen wir hier unser Zuhause? Zuhause? Hallo. Ich bin hier schon morgens. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ach, das geht's auch nicht. Nein, das ist in der nächsten Folge. Ich werde schon Hunger. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja. Tschüss. Peace. Bye. Und jetzt nach. Bye.